Eine Autobahn ist eine Fernverkehrsstraße, die ausschließlich dem Schnellverkehr und dem Güterfernverkehr mit Kraftfahrzeugen dient. Sie besteht im Normalfall aus zwei Richtungsfahrbahnen mit jeweils mehreren Fahrstreifen. Für die Benutzung von Autobahnen wird in vielen Ländern eine Maut erhoben. Deutsche Autobahnen sind seit längerem mit mindestens zwei Fahrstreifen pro Richtungsfahrbahn versehen. In der Regel ist auch ein zusätzlicher Seitenstreifen vorhanden. Bei modernen Autobahnen sind die Fahrbahnen durch einen Mittelstreifen, in dem passive Schutzeinrichtungen wie Stahlschutzplanken oder Betonschutzwände errichtet sind, voneinander getrennt. Die Fahrbahnbefestigung erfolgt heutzutage durch Beton- oder Asphaltbelag. Im Gegensatz zu anderen Straßenkategorien besitzen Autobahnen stets höhenfreie Knotenpunkte. So erfolgt der Übergang von einer Autobahn auf eine andere durch Brücken und Unterführungen oder Abzweigungen. Übergänge ins untergeordnete Straßennetz werden Anschlussstellen genannt. Je nach Verlauf der Trasse spricht man in manchen Fällen von Ringautobahnen oder Stadtautobahnen. Tunnel und Brücken im Verlauf der Autobahnen sowie die meisten Straßenbrücken über die Autobahnen sind Teile der Autobahnen. An den meisten Autobahnen befinden sich Autobahnraststätten und Autobahnparkplätze, um den Fähr- und Entsorgungsbedürfnissen der Autobahnnutzer nachzukommen und diesen eine Möglichkeit zu geben, sich zu erholen. Oft befinden sich dort auch Attraktionen und Spielgeräte für Kinder. Diese Anlagen sind Teile der Autobahn. Auf Fahrstreifen der Autobahnen ist das Halten und Parken sowie das Wenden nicht erlaubt. Des Weiteren ist auf dem Seitenstreifen bzw. Pannenstreifen und in den Nothaltebuchten das Halten nur in besonderen Fällen erlaubt, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern und sich nicht in Lebensgefahr zu begeben. Die Nutzung der Autobahn ist für Fußgänger und Fahrradfahrer in vielen Ländern verboten. Autobahnnetz Die Vielzahl von einzelnen Autobahnen bildet zusammen ein Straßennetz, das sich über Ländergrenzen hinweg erstreckt. Ein besonders dichtes Netz bilden Autobahnen in Europa, Nordamerika und in einigen asiatischen Ländern. Auf Kontinenten wie Afrika, Australien und Südamerika sind nur im Einzugsbereich von Großstädten Autobahnabschnitte zu finden. Eine flächenmäßige Erschließung ist nicht vorhanden. Gründe dafür sind der Mangel an finanziellen Mitteln. Das geringe motorisierte Verkehrsaufkommen in ländlichen Gegenden und oder die geringere Besiedlungsdichte. Europa In den meisten europäischen Ländern bilden Autobahnen eine eigene Straßenart. In einigen Ländern werden sie zu den anderen Fernstraßen gezählt. Autobahnen sind in allen europäischen Staaten außer Estland, Island, Lettland, Malta, Moldawien, Montenegro und den Zwergstaaten vorhanden. In Europa werden ständig neue Autobahnen gebaut oder bestehende Autobahnabschnitte erweitert. In den Jahren 1994 bis 2004 wuchs das Autobahnnetz in den neuen EU-Mitgliedstaaten um 1000 Kilometer, in den alten Mitgliedstaaten sogar um 12.000 Kilometer. Mit 38,6 Kilometer Autobahn auf 100.000 Einwohner hat Zypern die höchste Autobahnlichte der EU. Nordamerika Die USA sind von einem für die Größe des Landes sehr dichten Autobahnnetz überzogen, die zum Teil deutlich großzügiger angelegt sind als in Europa. Während über Landautobahnen weniger ausgelastet sind, leiden Autobahnen in Ballungsräumen unter einem starken Verkehrsaufkommen. Der Straßenquerschnitt wird aus diesem Grund sehr breit ausgebildet und mit großzügigen Anschlussstellen und Knotenpunkten angelegt. Das Interstate Highway Netz ist weitgehend systematisch angelegt. In Nord-Süd-Richtung verlaufen die Highways mit der Nummerierung 5, in Ost-West-Richtung mit der Nummerierung 0. Das Highway System begann im November 1921 mit dem Bundesgesetz The Federal Aid Highway Act, das im Juni 1956 erneuert wurde und danach zu einem intensiven Ausbau des Systems führte. Der erste größere Interstate Highway war alle National Route up Maryland in Richtung Westen durch Gesetz vom März 1806 ins Leben gerufen. Die Bauarbeiten begannen im Juli 1811 in Cumberland und erreichten 1839 Vandalia. Das National Highway System umfasst heute rund 257.000 Kilometer, das sind 1,1% aller US-Straßen. Zum NHS gehören auch die Freeways und Expressways, die beide meist in metropolitan Areas zu finden sind. Der Osten Kanadas, darunter vor allem Ontario und Quay Bay, verfügt über ein ähnlich gut ausgebautes Autobahnnetz wie die Vereinigten Staaten. Bis auf den bundesstaatlich verwalteten Trans-Canada Highway obliegt der übrige Straßenbau den einzelnen Provinzen. Der Trans-Canada Highway ist außerhalb von Ballungsräumen und dichter besiedelten Gebieten noch nicht durchgängig mehrspurig ausgebaut. In Mexiko sind die wichtigsten Städte des Landes mit Autobahnen verbunden, wobei der große Teil der Autobahnen mautpflichtig ist. Die kostenpflichtigen Straßen sind in einem ähnlichen Zustand wie in anderen nordamerikanischen Ländern. In Ballungszentren sind die Carreteras durchgehend mehrspurig, in weniger dicht besiedelten Regionen manchmal zweispurig mit Gegenverkehr. Japan und Südkorea verfügen über Autobahnnetze mit hohem Ausbaustandard. Die Maximalgeschwindigkeit beträgt in Japan offiziell 100 km pro Stunde. Mautabgaben sind auch für kurze Strecken und Privatbenutzung üblich. Viele aufstrebende Staaten Ost- und Südostasiens bauen ihre Autobahnnetze mit großer Geschwindigkeit aus. China hat durch ein groß angelegtes Ausbauprogramm das deutsche Autobahnnetz im Hinblick auf die Länge überholt. In Thailand fasste die Regierung aufgrund steigender Zulassungen von Kraftfahrzeugen und einem Bedarf an Hochgeschwindigkeitsstraßen mit begrenztem Zugang. Im Jahr 1997 einen Kabinettsbeschluss in dem ein Masterplan für den Bau von Autobahnen festgelegt wurde. Darin wurden einige Abschnitte von Schnellstraßen als Autobahn-Motorway bezeichnet. Derzeit verfügt das Land über zwei Autobahnen und mehrere Hochstraßen. Den ersten Expressway gibt es in Bangkok seit 1981. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 120 km pro Stunde. Malaysia verfügt über etwa 1200 km Autobahn. So verbindet der North-South Expressway etwa den Nordzipfüll von Malaysia an der Grenze zu Thailand mit Johorbaru an der Grenze zu Singapur im Süden. Die Autobahnen sind größtenteils mautpflichtig. Die Gebühr wird dabei direkt an Ort und Stelle in Mautstationen kassiert. Ähnlich dem Europastraßennetz werden auch im asiatischen Raum einzelstaatliche Autobahnen und autobahnähnlichen Straßen zu einem Gesamtnetz verbunden. Das Vorhaben läuft unter dem Namen Asiatisches Fernstraßenprojekt. Geschichte Hauptartikel Autobahn und Reichsautobahn Die erste autobahnähnliche Strecke der Welt war die AWUS in Berlin. Sie wurde privat finanziert und 1921 eröffnet. Ihre Benutzung war gebührenpflichtig. Die AWUS diente daher zunächst hauptsächlich als Renn- und Teststrecke und nicht dem öffentlichen Verkehr. Der Begriff Autobahn wurde erstmals von Robert Otzen verwendet, der 1929 vorschlug, statt des bislang gebräuchlichen und unhandlichen Begriffs nur Autostraße in Analogie zur Eisenbahn-Autobahn zu verwenden. Als erste öffentliche Autobahn Deutschlands damals noch offiziell als kreuzungsfreie Kraftfahrstraße bezeichnet, gilt die heutige A555. zwischen Köln und Bonn, die nach dreijähriger Bauzeit am 6. August 1932 durch den damaligen Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer eröffnet wurde. Die Strecke war bereits höhenfrei und je Fahrtrichtung zweispurig, was heute als Mindestmaßstab für die Bezeichnung Autobahn gilt. Baulich getrennte Richtungsfahrbahnen, ein weiteres typisches Charakteristikum von Autobahnen, besaß sie jedoch noch nicht. Daher bekam der Abschnitt erst 1958 nach weiterem Ausbau den offiziellen Status einer Autobahn. Auch der Bau der Autobahn Köln-Düsseldorf wurde bereits 1929 durch den Provinzialverband der preußischen Rheinprovinz rechtlich fixiert. Ein 2,5 Kilometer langer Abschnitt bei Opladen wurde 1931 begonnen und 1933 fertiggestellt. Der erste Plan zum Bau einer wirklich großen und bedeutenden Autobahn war der Hafrabah-Plan, der in etwa dem Verlauf der heutigen Autobahn A5 und dem nördlichen Teil der A7 entsprach. Dieser wurde noch vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten erstellt. Tatsächlich gebaut wurde dann nach den Hafrabah-Plänen ab 1933 die Strecke Frankfurt-Darmstadt-Mannheim-Heidelberg. Mit der Hafrabah verbunden ist die Entstehung des Wortes Autobahn, das 1932 in der gleichnamigen Fachzeitschrift geprägt wurde. Die Bezeichnung nur Autostraße habe man verworfen, schrieb die Hafrabah, um dem Umstand Ausdruck zu verleihen. Man wolle eine Autobahn in Analogie zur Eisenbahn errichten. Der Mythos der Begriff Autobahn und die grundsätzliche Idee hierfür gehe direkt auf Hitler zurück ist eine Geschichtsfälschung. Unterlagen aus dem Bundesarchiv belegen wie der damalige Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen, Fritz Tod, 1934 eine derartige geistige Urheberschaft in das Jahr 1923 zurückdatiert und entsprechend schlussfolgerte. Die Reichsautobahnen, wie wir sie jetzt bauen, haben nicht als von der HAFRABA vorbereitet zu gelten, sondern einzig und allein als die Straßen Adolf Hitlers. Hauptartikel Der Autobahnbau begann in Österreich mit dem Anschluss an das Deutsche Reich 1938. Noch im selben Jahr wurden erste Teilstücke der Westautobahn bei Salzburg fertiggestellt. Im Zuge des Zweiten Weltkrieges kam der Ausbau des Autobahnnetzes bei einer Gesamtlänge von 16,8 km allerdings zum Erliegen und wurde erst nach dem Wiedererlangen der Souveränität Österreichs mit dem österreichischen Staatsvertrag von 1955 wieder aufgenommen. Hauptartikel Die erste Autobahn der Schweiz war die Ausfallstraße Luzern-Süd, welche den Verkehr von Luzern an Horfer beileitete. Sie wurde am 11. Juni 1955 eröffnet und ist heute Teil der A2. Am 8. März 1960 trat das Bundesgesetz über die Nationalstraßen in Kraft. Welches die Kompetenzen zur Planung und zum Bau von Straßen mit nationaler Bedeutung dem Bund übertrug und im Artikel 2 die Autobahn als Nationalstraße 1. Klasse beschreibt. Am 21. Juni 1960 folgte der Bundesbeschluss über das Nationalstraßennetz, in welchem das anzustrebende Autobahnnetz festgelegt ist. Die erste vom Bund finanzierte Straße war die am 10. Mai 1962 eröffnete 8 km lange Grauholz-Autobahn, welche der Umfahrung von Zollikofen dient. 1963 wurde das erste längere Teilstück einer Autobahn eröffnet, die A1 zwischen Genf und Lausanne. Hauptartikel Der erste Spatenstich zum Bau des Autobahnrings in Bulgarien erfolgte am 4. Oktober 1974. Es sollten drei Autobahnen mit einer Gesamtlänge von knapp 900 km gebaut werden, die Sofia, Varna und Burgas verbinden sollten. Bis zur Wende 1990 wurden etwa 270 km fertiggestellt, in den folgenden 20 Jahren lediglich weitere 116 km. Seit dem EU-Beitritt Bulgariens im Jahr 2007 wächst das Autobahnnetz um etwa 60 km jährlich, so dass Mitte 2014 über 50% der geplanten Gesamtlänge von 1.182 km bereits in Betrieb ist. Hauptartikel Hauptartikel Die erste Autobahn Frankreichs, die Autoroute de Normandie, sollte 1940 fertiggestellt werden. Durch den Zweiten Weltkrieg verzögerte sich allerdings der Bau und die Strecke wurde erst 1946 eröffnet. Die offizielle Bezeichnung Autoroute wurde 1955 eingeführt. Inzwischen hat Frankreich mit der Zeit etwa 11.650 km das fünftlängste Autobahnnetz weltweit und das drittlängste in Europa. Als erste Autobahn Italiens und gleichzeitig erste für alle zugängliche Autostraße der Welt gilt die Autostrada de Lagi. Das erste Teilstück zwischen Mailand und Varese wurde 1924 privat von Piro Puricelli errichtet und war gebührenpflichtig. Die Autostraße besaß je Fahrtrichtung einen Fahrstreifen und war noch nicht höhenfrei ausgebildet. Spezielle Ein- und Ausfahrten waren angelegt. Hauptartikel Seit der Gründung der Republik Kroatien erfuhr der Ausbau des Autobahnnetzes in Kroatien zunehmende Bedeutung. Die derzeitige Gesamtlänge aller Autobahnen beträgt 1.270,2 km. Zusätzlich befinden sich 185,6 Autobahnkilometer im Bau. Das geplante Autobahnnetz soll 1.670,5 km lang werden. Hauptartikel Die Niederlande haben mit 57,5 km den größten Anteil Autobahnkilometer pro 1.000 km² in der Europäischen Union. Insgesamt besitzen die Niederlande ein Autobahnnetz von 2.360 km. Die älteste niederländische Autobahn ist die A12 zwischen Den Haag und Utrecht, deren erster Abschnitt 1937 in Betrieb genommen wurde. Hauptartikel In den 1960er Jahren begann Norwegen mit der Planung eines umfassenden Autobahnnetzes. Doch der Bau wurde nach nur 45 Streckenkilometern aufgrund der hohen Baukosten gestoppt. Stattdessen beschränkte man sich auf den Bau von Schnellstraßen. Erst zur Jahrtausendwende kam der Autobahnbau wieder in Schwung, vor allem durch die Erweiterung von vorhandenen Schnellstraßen. 2004 umfasste das norwegische Autobahnnetz im Vergleich immer noch geringe 193 km. Eine Besonderheit ist, dass der Ausbau meist über eine Maut auf dem entsprechenden Abschnitt finanziert wird, nicht jedoch die Instandhaltung. Sobald die Investitionskosten abbezahlt sind, entfallen die Mautgebühren. Hauptartikel Die schwedischen Autobahnen in Schweden Motorfeger genannt entstanden erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Der erste Motorweg mit Autobahnstandard wurde, nach deutschem Vorbild, mit einer Fahrbahn aus Beton zwischen Malmö und Lund angelegt und 1953 von Prinz Bertil von Schweden eingeweiht. Das Teilstück war 17 km lang. 2012 umfasste das schwedische Autobahnnetz ungefähr 1920 km. Hauptartikel Bereits nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eine Autostraße durch Jugoslawien gebaut, welche vier der sechs Teilrepubliken passierte und den Namen Straße der Brüderlichkeit und Einheit erhielt. Mit dem steigenden Verkehrsaufkommen auf den Straßen der Teilrepubliken wurde die Autostraße zum Autoput mit zwei Richtungsfahrbahnen umgebaut. Seit der Unabhängigkeit Serbiens 2006 befinden sich viele Autobahnen und Schnellstraßen in Planung und Bau. Bereits heute zählt das serbische Autobahnnetz zu einem der am schnellsten Expandierenden in Europa. Die erste Autobahn in Slowenien war die AV Tosta VR Hanika Postona. Sie wurde am 29. Dezember 1972 eröffnet und ist heute Teil der A1. Hauptartikel 1945 verfügte Polen lediglich über einige noch in der NS-Zeit errichtete Autobahnfragmente in Pommern und Schlesien. Bis in die 1970er Jahre gab es keinerlei Neubauten und selbst die besagten Teilabschnitte wurden nur notdürftig in Schuss gehalten. Erst in den 1980er Jahren begann der ernsthafte Bau eines umfassenden Autobahnnetzes. Doch bis heute weist das polnische Autobahnnetz erhebliche Lücken auf. Am 1. Dezember 2012 wies das polnische Autobahnnetz eine Gesamtstreckenlänge von 1.342 km auf. Hauptartikel Die erste Planung für Autobahnen in Ungarn stammt aus dem Jahr 1942. Im Jahr 1964 wurde die erste Autobahn M7 von Budapest zum Plattensell fertiggestellt. Später begann der Bau nach Tatabania, nach Gür und in Richtung Wien. Ungarn hat ein radiales Autobahnnetz mit dem Zentrum Budapest. M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 und ein äußerer Ring, M0. Hauptartikel Der Bau von Autobahnen im Vereinigten Königreich begann 1949 mit dem Special Roots Act. Darin definierte das britische Parlament spezielle Straßen, für die nur bestimmte Fahrzeugtypen zugelassen waren. Die erste dieser speziellen Straßen, die heutige M6 bei Preston, wurde am 5. Dezember 1958 eröffnet. Ein Jahr später, am 2. November 1959 gab man die heutige M1 bei London für den Verkehr frei. Da die M6 damals recht kurz war und lange nicht erweitert wurde, wird häufig die M1 als erste Autobahn Großbritanniens bezeichnet. Der Long Island Motor Parkway, auch bekannt als Thunderbolt Parkway, war eine ab 1908 errichtete private Straßenverbindung im Staat New York, die als Mautstraße dem Automobilverkehr vorbehalten war und auch als Rennstrecke diente. Ihre kreuzungsfreie Bauweise und die Verwendung geteilter Richtungsverbahnen machen sie zu einem Vorläufer der Autobahn. Sie wurde 1938 vom Staat New York übernommen und stillgelegt. Beschilderung Um dem Verkehrsteilnehmer die Orientierung zu erleichtern, erhalten Fernstraßen eine charakteristische Beschilderung, welche durch Farbe und Symbolik die Bedeutung der Straße hervorhebt. Die Farben Blau und Grün sind laut dem Wiener Übereinkommen über Straßenverkehrszeichen von 1968 zugelassen. Das weithin bekannte Autobahn-Symbol wird von vielen Ländern verwendet. Um eine einheitliche Farbgebung anzustreben und weder grüner noch blauer Beschilderung den Vorzug zu geben, kam in den 1990er Jahren die Idee auf, eine andere Farbgebung zu nutzen. Man einigte sich aber auf die rote Farbe. Da die Farbänderung sämtlicher Beschilderungen jedoch exorbitante Kosten verursacht hätte, sind zum einen nur wenige Länder der neuen Farbgebung gefolgt. Zum anderen wurde ausschließlich die Nummerierungsbeschilderung auf rote Farbe umgestellt, die Hinweis- und Verkehrsschilder jedoch in der bisherigen Farbe belassen. So sind Z.B. auf gewissen Strecken in der Schweiz nach wie vor grüne Nummerierungsbeschilderungen zu sehen. Blaue Beschilderung 1 Hinweisschilder, die den Weg zur Autobahn weisen, sind jedoch grün. Zwei nur Bundesstaatautobahn. Drei Hinweisschilder für Fernstraßen sind grün. Grüne Beschilderung 1 nur Bundesautobahn. Zwei nur Stadtautobahnen. Drei Interstate Highways werden durch ein blaues Wappenschild mit weißer Zahl und rotem Querstreifen über der Zahl gekennzeichnet. Verkehrsregeln. Fast alle Länder haben entweder eine Geschwindigkeitsbegrenzung zwischen 100 und 130 km pro Stunde für Autobahnen eingeführt oder eine Autobahnrichtgeschwindigkeitsverordnung erlassen. In Europa ist Deutschland das einzige Land, in dem die Geschwindigkeit auf Autobahnen nicht generell begrenzt ist. Allgemein ist die Geschwindigkeit den Straßen, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fahrfähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen. In den meisten Ländern sind Fahrzeuge, die bauartbedingt eine bestimmte Mindestgeschwindigkeit nicht erreichen können, von der Autobahngenutzung ausgeschlossen, da sie den Verkehrsfluss unverhältnismäßig behindern und so die Unfallgefahr erhöhen würden. Das Halten, Wenden, Rückwärtsfahren sowie das Auf- und Abfahren an nicht gekennzeichneten Stellen auf der Autobahn ist generell verboten. Ausnahmen zum Haltverbot bilden die Autobahnparkplätze und Autobahnraststätten. Verkehrsteilnehmer, deren Fahrzeug eine Panne hat, warten am äußersten Fahrbahnrand. Verkehrsstärke. Autobahnen sind baulich dafür ausgelegt, ein hohes Verkehrsaufkommen auszuhalten. So eignet sich beispielsweise eine vierspurige Autobahn mit Standstreifen für bis zu 70.000 Fahrzeuge. Je nach Anteil des Güterverkehrs kann dieser Wert unterschiedlich ausfallen. Der höchste Verkehrsfluss mit bis zu 2600 Autos und Fahrstreifen stellt sich wegen des verringerten Sicherheitsabstandes bei etwa 85 km pro Stunde ein, wenn sich die Geschwindigkeiten der einzelnen Fahrzeuge einander anpassen. Eine noch höhere Belastung führt dann zum Stau. Bei subjektiv freier Strecke können hingegen nur etwa 1800 Autos und Fahrstreifen passieren. Das theoretische Modell für den Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Durchlassfähigkeit einer Straße liefert das Fundamentaldiagramm des Verkehrsflusses. Stark befahrene Autobahnen. Deutschland-Österreich Verkehrssicherheit. Autobahnen haben einen geringen Anteil an den Gesamtonfallzahlen. 2014 fanden 31% der Fahrleistung in Deutschland auf Autobahnen statt. Der Anteil an den Verkehrstoten lag aber nur bei 11%. Die getöteten Rate lag auf Autobahnen mit 1,6 Todesfällen Fahrzeugkilometer im Vergleich deutlich niedriger als der Wert von 4,6 im gesamten Verkehr bzw. 6,5 auf außerstädtischen Bundesstraßen. Neben dem Risiko, mit einem anderen Fahrzeug zu kollidieren, besteht auch die Gefahr eines Wildunfalls. Die zum Teil schweren Unfälle treten besonders in Waldgebieten auf. Die Straßenverkehrsbehörden errichten daher in gefährdeten Gebieten Wildschutzzäune entlang der Straße, um dem Wild den Zutritt zur Fahrbahn zu verwehren. Im Regelfall werden in Deutschland und Österreich Autobahnen bei Nacht nur im innerstädtischen Bereich sowie bei unfallträchtigen Ein- und Ausfahrten beleuchtet. Autobahntunnel werden wie andere Straßentunnel immer beleuchtet. In vielen anderen Ländern sind die meisten Autobahnen in Ballungsräumen und alle Autobahnknotenpunkte beleuchtet. Es gibt einige Länder wie Belgien, Luxemburg oder die Vereinigten Arabischen Emirate, wo sogar fast alle Autobahnen nachts beleuchtet werden. Im Zuge der Energieeinsparungen und der aufwändigen Wartung sowie der sogenannten Lichtverschmutzung wird aber auch in einigen dieser Länder die Beleuchtung nach und nach eingestellt. Eins einige Angaben sind Werte aus den Jahren 1999 bis 2004. Grundlage für die Verkehrstotenzahlen ist der 30-Tage-Erfassungszeitraum. Die angegebenen Zahlen sind nur unter Berücksichtigung der für die Länder maßgebenden Erfassungsmethoden vergleichbar, so dass Korrekturfaktoren benutzt werden. Der Zeitraum zwischen Unfall und Tod der Person ist sehr wichtig, da er maßgeblich dafür ist, ob sie in der Statistik erfasst wird oder nicht. Diese Zeiträume variieren von Land zu Land. 3. Seit 1. 4. In den Vereinigten Staaten unterscheiden sich die Regelungen von Bundesstaat zu Bundesstaat. Maut. Hauptartikel In vielen Ländern muss man für das Befahren der Autobahn eine Benutzungsgebühr bezahlen. Dieses kann zeitabhängig in Form einer Vignette geschehen oder streckenabhängig durch Bezahlen an Mautposten, wie in zahlreichen weiteren europäischen Staaten üblich. In Österreich gilt für LKW seit dem 1. Januar 2004 eine Mautpflicht, die über mitzuführende Go-Boxen und ein entlang der Autobahn installiertes Dezimeterwellensystem abgerechnet wird. Um ein Ausweichen auf Landstraßen zu verhindern, werden häufig Fahrverbote für LKW auf parallel verlaufenden Straßen verhängt. In der Schweiz gilt die LSVA auf allen Straßen, somit existiert das Ausweichen des Schwerverkehrs auf Landstraßen nicht. In Deutschland gilt seit dem 1. Januar 2005 eine LKW-Maut, die entweder an Automaten über dort anzugebende Fahrtrouten im Voraus oder über eingebaute Mautgeräte Satelliten gestützt automatisiert erhoben wird. Die Erhebung erfolgt über das Unternehmen Toll Collect.